die Nähe sieht dann die neue nächste davon ich wäre jetzt der Mahnung gewesen dass es genau dasselbe ist machen wir die dann mal los, ne? Ach du Scheiße! O ist der Furz im Glas? der Professor Genki selbst! Nach seiner letzte öffentliche Appearance Genki hat entschieden zu stürmen seine Adoringen Gantz nochmals wieder! Und natürlich der Liedler der Saints, der Champion so far hier Genki Ball 7, wird ihn mitgekundet. Ich habe letzte Mal gehört, dass die Leute in der Zeit waren mit Erdbezigung. Läderlich. Einige Leute sind mit 3rd Degree Burns. Was tut er? Ja, super! muss ich die leute jetzt überfahren oder die ja klampfwerfer geht auch ich glaube da kriegst du mehr ok ja oh klar ist klar ja ach du scheiße sind auch noch oben auf der brücke oh ne ja super wie soll ich denn da oben jetzt hinkommen ja ja herrgott fahr dadurch hallo da ist ein baum im see ja mhm na 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 ich versuche diese leute da die uns verfolgen vom leib zu behalten ja wenn das nicht so buggy wäre dann wäre ich schon zufrieden ja ja ich bin schon auf dem weg da ich bin ich hier ist der frau ja das war und aber er bringt ihr freut das ist super super toll mit dem leute los überfahren Was steht denn mit deinem Fahrzeug? Ach ja, an anderen. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Ja, drehen, bitte. Ach, ich kann auch diesen Fahrzeug dann abschießen. Ja, rüste mal fünf Leute. Genki ist erfreut. Genki ist, die Genki-Mission beendet. Wow, Hilfe. Wow. Lassen Sie mich argsichtend durch. Dann gibt Gummi. Oh, es ist an den Tunnel. Ich freue mich ja. Wow. Und dann werden wir morgen noch viel Spaß haben. Ja. Ah, das wird herrlich. Eine bestimmte Mission fehlt mir aber so ein ganz klein wenig. Wieso? Kommt bestimmt am Ende. Ja, was? Nee, das ist wahrscheinlich die letzte Mission, deswegen sage ich nichts. Ich habe gerade die Errungenschaft mit den Leuten töten, mit dem Putz im Glas und so bekommen. Okay. Ja, ich noch nicht. Schön. Respekt. Ah. Okay, wir haben jetzt das Fahrzeug. Ich schaue auf der Karte nach den Orten. Okay. Ah, jetzt müssen wir die... Okay, komm, dann machen wir das einfach. Ja, weil jetzt habe ich nur noch drei Kampf. Dann machen wir jetzt... Die sind mit dem Putz im Glas, was jetzt mit der Mission, oder kann ich das auch so machen? Kann es auch so machen. Okay. Ja, wie sterben die jetzt? Dann sind wir auf dem Weg zu sexy Kätzchen-Wolgesen-Bla. Und, äh, wann sterben die jetzt? Ja, du musst ja dann... Ich weiß, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ich meinst du direkt kurz im Glas rum, ich fahre mal zu dem sexy Kätzchen-Ding. Weil irgendwie... Ja, gut, die kotzen jetzt hier hin, aber so richtig was machen. Vielleicht musst du sie dann in der Wolke töten. Jetzt läuft der schon wieder woanders hin, ja. Äh, langsam geht das echt auf den Sack. So, ich bin da. Soll ich die Aktivität starten? Ja, starte ich. Kriege das sowieso nicht hin. So, scheiße, ja. Yeah, ey. Spaß. Spaß. Äh, ich denke, das wollten wir beim nächsten Mal machen. Na, das machen wir jetzt. Weil dadurch schalten wir die letzte Mission ja frei anscheinend. So, ich fahre jetzt mal hier unten rum. Ja, das ist so krank. Das ist so dumm, dass es schon wieder richtig geil ist. Und wenn ich das fahre, dann fahre ich mich. Ne, Moment, das Auto war noch mit mir. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Ich sah, dass du Zucker in mein Gas-Tag hast, letzte Nacht. Jetzt kann ich mich verletzen. Oh, wow. Hey, und die Musik! Die Musik, die ist genial auch, das ist so. Na? Was ist denn, weil ich mich jetzt hier fett? Oh, was ist jetzt los? Oh, ich hab... Kombi-Brecher! Oh, Breaker! Look at how Champagne came about! Bobby, are you saying you'd listen to a recording of this match and you're coming on your way to work? Absolutely! Ich bin gerade dabei! How can I possibly be a word? This sounds just like the streets of Steelport outside my window at night. Could be right out. I'd be drifting off right now for work for the Saints flow I just had. Nothing like a little carnage! Ach, hier. Now, ihr sterbt mal bitte. Halt, ich hänge. That is not good! Komm, noch so'n kleines bisschen. Das Beste wär noch, wenn wir das Teil als Fahrzeug kriegen würden. Das glaube ich eher weniger. Ich auch. Na ja, komm, wir haben's doch gleich. There's so much for that! Los! Nur noch 30 Sekunden! Alter, taue hier mal ein paar neue Autos auf! Los! Nur noch 30 Sekunden! Alter, taue hier mal ein paar neue Autos auf! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ja, ich auch! I love this! Yay! Okay! Okay! So! Hier wird dann... Sexy Kätzchen! Miau! Und die Maske! Und die Maske! Und die Fahrzeuge! Begleiter Wolle lief! Wolle ist Begleiter, so ne Minute ist ja nicht so... Ach du Scheiße! Das gibt's nicht! Moment! Moment! Ja, guck mal, jetzt haben wir die nächste Genki Mission! Moment! Moment! Wo ist es? Das ist unglaublich! So! Oh Gott! Dennis? Ja? Die Wolle ist da! Ich kann mit ihr fahren! Floppt! Entschuldigung! Steig ein! Mal gucken, ob das geht! Nee! Ich hab's doch grad schon probiert! Nee! Gebt nicht! Was? Wolle-Lieferung ist gefallen? Bitte? Bei mir stand gerade Wolle-Lieferung ist gefallen! Okay! Ich weiß aber nicht, was der Detail ist! Bam, bam, bam! Das ist geil! Ähm, Zero! Ich würd' aber sagen, wir beenden jetzt erstmal die Aufnahme, weil das hat jetzt... Ja! Hat jetzt lange genug gedauert! Ähm, den Rest von diesen DLC, beziehungsweise den Rest für Saints Row werden wir dann morgen weiter aufnehmen! Und dann reicht das erstmal, ne? Ja! So, hast du denn zum Schluss diese Aufnahme einfach zu sagen? Ich glaube einfach, dass ich hiermit in einem riesigen Wollknäuel bin und alles einfach mal umfahre! Das kann man einfach nicht mit Worten ausdrücken! Das ist einfach herrlich, ne? Ja! Ja! Lieblingsfahrzeug in Saints Row! Pfff! Na gut! Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei meinen lieben Abonnenten, die jetzt diese Videos geschaut haben! Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen! Würde mich natürlich über eine Bewertung und über einen Kommentar bei euch, von euch sehr, sehr freuen! Also, ich bin echt happy, dass das jetzt mit den DLCs so gut gelaufen ist! Also, wir sind ja noch nicht ganz durch, ein bisschen kommt ja noch! Und... Ja! Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Let's Play Together Saints Roses hört! Wie gesagt, das wird dann beim nächsten Mal aber dann die letzte Aufnahme sein, dann haben wir es dann endlich durch! Ja! Alles da! Ähm... Ja, Zero! Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich, dass wir jetzt zusammen wieder aufnehmen konnten! Get the fuck out of here! Und... Ja, wir sehen uns dann... Ja, dann... Irgendwann wieder! Das war klar! Das ist ja klar! Waaaah! Waaaah! Vergessen, Leute! Falschermel sind das für Pussys! So! Alles klar! Dann beende ich jetzt die Aufnahme! Zero, möchtest du dich jetzt noch verabschieden? Schau, Leute! Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Saints Roses! Ja! Und ich sage damit nur noch Tschö mit Öl! Und bis zum nächsten Mal! Mit einem mutierenden Bollknäuel! Also Leute, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ich will noch Katanari! Ich muss alles aufholen!